Der Wegverlauf ist wie folgt. Achter Schlaufen sind eine wunderbare Übung, um die Tragkraft des inneren Hinterbeins zu stärken. Der Aufbau mit den Pylonen in den Ecken erleichtert es dem Pferd in der Kurve die Balance zu behalten und fördert ein gerade gerichtetes Durchschreiten der Kurve. Dieser Aufbau unterstützt die diagonale Hilfengebung und bringt das Pferd dazu, in sich gerade gerichtet durch die Ecken zu gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bricht ihr Pferd über die Schulter aus, wie hier mit dem Freiberger Wallach demonstriert, ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass sie von ihrem Pferd zu früh zu viel verlangen. In dem konkreten Fall wird die Übung im Galopp von einem unausgebildeten Pferd verlangt. Jedes Pferd reagiert dabei anders. Harko entzieht sich und bricht über die Schulter aus. Gehen Sie einen Schritt zurück, festigen Sie die Übung erst im Schritt und im Trab. Der unausgebildete Freiberger hat noch nicht gelernt, das innere Hinterbein zu belasten. Hier sieht man deutlich, wie er mit der Hinterhand ausschert. Gehen Sie das ZDF.